Willkommen zu den heutigen KS-Venues. Diese Woche war die Himmertag und Halloween. Ich bin Nina und das ist Aurelio. Und jetzt gehen wir für euch Leute interviewen. Wer sind wir? Also ich bin Lili aus der G1A. Und ich bin Chatea aus dem GSA. Und was macht ihr heute am T-Mittag? Also für morgen haben wir mit unserer Partnerklasse Katze against Humanity vorbereitet. Und einfach noch einen kleinen Brunch zum Essen. Und nachher spielen wir mit der Klasse Burgerball. Okay, viel Spass du! Dankeschön! Stell euch mal kurz vor. Also ich bin Jonathan Gall von der F3A. Und ich bin der Massimo Tartaglioni von der F3A. So, könnt ihr jetzt mal eine Frage, was machen wir mit so einem T-Mittag? Also wir sind hier mit der zweiten Klasse zusammen. Und wir haben jetzt für das erste eine kleine Spiele-Runde gemacht. Wir haben verschiedene Spiele aufgestellt. Und dann dürfen alle in die Stationen umgehen, wie sie wollen. Ja, und die andere Klasse kamen und veranstalten so ein Krimi drin. Ich bin der Krimi drin. Ich weiss eigentlich nicht genau, was es ist. Nein, ich weiss noch nicht wirklich. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir müssen also die Krimi drin. Also, wer sind wir? Ähm, ich bin Lara vom GIZ AC. Und ich bin Gina. Okay. Und was habt ihr heute vorbereitet? Also, wir haben ein Krimi-Dinner vorbereitet. Aber das werden wir erst später noch machen. Und jetzt sind wir am Spielisch. Okay. Genau. Genau. Dann haben wir erst später anzählen. Machen wir uns beide. Okay. Super. Dankeschön. Bitte. Ich bin heute wieder Noel. Und Noel, was machst du heute am Himmertag? Ich habe einen Schneemoe errichtet, wie ihr hier seht. Und wir haben Lebkuchen gegessen und gewehrwölfert. Ah, sehr schön. Hm. Wer sind wir? Ich bin der Michi von der GIZ AC. Und ich bin die Nara von der GIZ AC. Und was habt ihr heute gemacht? Also, wir sind jetzt gerade in der Halle C am Burgerballspieler. Mit dem GIV H. Okay. Und was werden wir noch machen? Und jetzt machen wir ein paar Spiele. Okay. Wasser? Ja, also... Ja. Klaus, viel Spass noch. Danke. Danke. Wir sind gerade da mit der Madeleine vom UK. Ja, und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern fürs volle Mitmachen bedanken. Es ist das ja ein bisschen ein neues Rezept. Und ihr habt alle super mitgemacht und mega coole Ideen zusammengebracht, um den Tag zu gestalten. Und danke vielmals. Wir möchten uns natürlich auch beim Mulca bedanken. Also, sie hat das super organisiert und alles gut gemacht. Also... Ich bin Darius Fischer von der F3C. Ich bin Emma. Ich bin der F2C. Und ich bin Mona und bin auch aus der GIV. Linus Graber vom GIVD. Ich bin Leina aus dem GIVD. Also, ich bin Angelina. Und das ist mein Bestes. Und wir sind in der F1C. Also, hallo. Ich bin Nina. Ich bin IDG3G. In welchem Land ist Halloween entstanden? Irland. Irland. USA hätte ich ganz gesagt. Ich würde 10 Mal sagen USA. Ich würde sagen B, oder? Wie viel wiegt der schwerste Kürbis der Welt? Ich glaube 10. Ich glaube A. C? Ich würde sagen C, 681 Kilo. Halloween ist eine Abkürzung. Für was steht es? Es ist kein Kürbis. Ja, C. Das ist deine Frage. Hello Steve. B. Wie sagt man Kürbis auf Französisch? Oh mein Gott, so peinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war's mit der KSW News. Der Terminkalender ist unten in der Infobox. Tschüss.